Unsere Mission bei Jimdo. Kleine Unternehmen und Selbstständige dabei zu unterstützen, online durchzustarten. Mit all den Tools, die du brauchst, um deine Marke aufzubauen. Lass uns einen Blick auf die wichtigsten Jimdo-Features werfen, mit denen du deine Marke einzigartig machen kannst. Ganz nach deinem Geschmack. Deine Marke bestimmt, wie deine KundInnen dich wahrnehmen. Modern, stylisch, professionell. Ganz wichtig dabei ist dein unverwechselbares Logo. Der Jimdo-Logo-Creator wurde speziell für kleine Unternehmen entwickelt. Nur ein paar Klicks und schon hast du kostenlos ein eigenes, professionelles Logo erstellt. Gib einfach den Namen deines Business ein. Wähle deine Branche. Und schon bekommst du die ersten Vorschläge. Sieht gut aus, oder? Aber da geht noch was. Wähle zum Beispiel ein anderes Symbol. Bastel ein wenig am Layout rum. Oder wähle eine andere Schriftart. Zum Schluss die Farben. Wähle eine der vorgeschlagenen Farbkombinationen. Oder erstelle deine eigene. Und voilà, hier ist dein brandneues, wunderschönes Logo. Das war einfach, oder? Und jetzt einfach dein Logo runterladen und loslegen. Kostenlos. Und wo du gerade dabei bist, mach den nächsten Schritt und erstell dir deine eigene professionelle Webseite. Ebenfalls kostenlos. Lass uns nun einen Blick auf die Farben werfen. Wusstest du, dass Farben unser Denken, unser Handeln und unsere Stimmung beeinflussen können? Nutze die Kraft der Farben und lass deine Marke strahlen. In einem warmen Orange, einem selbstbewussten Blau oder einem feurigen Rot. Mit unserem Farbpaletten-Feature. Du hast schon ein Logo? Super! Lade es einfach hoch und du bekommst eine professionelle Farbpalette, die perfekt zu dir und deiner Marke passt und die richtigen Farbtöne miteinander kombiniert. Lust auf einen Farbwechsel? Pass sie ganz einfach an, indem du den Regler von Gedeckt auf Farben vorschiebst. Du hast noch kein Logo, aber eine Webseite? Dann wähle ein oder zwei Grundfarben aus, die dir gefallen. Oder nimm ein Foto aus deiner Bilderbibliothek, dem du deine Webseite farblich anpassen möchtest. Zu guter Letzt, lass uns über die Bilder sprechen. Image ist alles. Eine starke Marke braucht einen einheitlichen, stimmigen Look. Das perfekte Tool dafür, unser Fotoeditor. Vielleicht hast du schon Bilder von deinen Produkten oder von deinem Team hochgeladen. Alle wunderschön, aber alle in einem anderen Stil. Mit dem Fotoeditor kannst du einen Filter auswählen und ihn auf alle deine Bilder anwenden. So verleiste deiner Webseite mit ein paar Klicks einen professionellen Look. Mit dem Fotoeditor kannst du außerdem deine Bilder ganz einfach zuschneiden und bearbeiten. Zum Beispiel, um Helligkeit, Kontrast oder die Größe anzupassen. Sieht gut aus, oder? Und das waren sie. Die wichtigsten Jimdo Features, um mit deiner Marke groß rauszukommen. Probier sie gleich mal aus.